Liebe BesucherInnen, vor dem Atelier Katrin Herrmann und alle die, wir sind wahnsinnig viele, das ist ganz groß, ich freue mich sehr, wir freuen uns alle sehr. Mein Name ist Tobias Kunze, ich darf diese Einleitungs- und Sprecherrolle heute übernehmen und habe ganz im eigenen Sinne eine eigene Interpretation der heutigen Ausstellung Absurdes Theater zusammengestellt. Boom Boom Das ist interessant. Was das für eine andere Aspektive bekommt, ist nur weil sie die Leingang noch geführt hat? Nein, dass sie Füß überkauft ist. Wir haben keine Möge zurück, seine Beine zu tragen. Wir haben keine Möge zurück, unter dem Öl nicht sehen, aber auch keine Verletzung. Sie sind nicht im Leben? Nein, natürlich nicht. Sehr, sehr interessant Aber die ist interessant, oder? 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 Die ist interessant, oder?